Hinter mir ist der Wald der Horrorpuppen, begleitet mich in diesen gruseligen Wald. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich glaube, hier hätte ich besser mit Claudia mal nachts hinkommen sollen. Ich glaube, das ist wie so ein Geocache. Hat euch dieses kleine Mini-Video gefallen? Lasst mir einen Daumen da, abonniert meinen Kanal, schaut euch weitere Videos von mir an. Bis zum nächsten Mal.